Hallo zusammen! Musik Ein Dreher in Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flaggen. Ein Dreher in Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flaggen. Verwärts auf! Ist aus dem Rennen. Irgendwo in Streckenabschnitt 2. Ein Dreher in Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flaggen. Ein Dreher in Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flaggen. Das ist die letzte Runde. Nicht anhalten! Ein Dreher in Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flaggen. Ein Dreher in Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flaggen. Ein Dreher in Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flaggen. 10. Achte auf die gelben Flaggen. Deine Untertitelung. BR 2018 Kimi Räikkinen hat das Rennen gewonnen. Gut gemacht. Du bist Zweiter. Fissagella wurde Fünfter. So, das Rennen ist vorbei.